Seid gegrüßt, Sire. Die Wüste erwartet euch. Tja, Leute. Es ist soweit. Die letzte Missführung. Letztes Mal haben wir gut auf den Sack bekommen, aber wir hatten Verbündete. Diesmal sind diese zwei Verbündeten quasi auch noch unsere Gegner. Aber diesmal haben wir Startkapital. Viel mehr. Dreimal so viel. Und enge Zugänge, wie ich das sehe. Ich habe mir die Map noch gar nicht angeguckt. Ging das eigentlich irgendwie? Es sieht so aus, als wäre hier mein Erz nur hier. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich... Und hier Stein. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Map spielen soll. Nahrung ist anscheinend nicht das Problem. Und was hier ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist hier so vereinzelt Erz, das wäre nice. Und dann kann ich die so umzäunen. Tja. Muss echt gucken. Ich glaube, mein Plan wäre, halt Nahrung richtig zu böllern. Stein ist, glaube ich, ja auch in der Nähe. Ich muss die Zugänge... Es ist ja auch schwer abzuschätzen, wie groß das Gebiet ist. Aber ich glaube, ich habe da gar keinen Platz. Ja, wir schauen. Aber ich gehe davon aus, dass wir drei Türme brauchen. Pro Seite. Boah. Das Problem ist dadurch, dass auch so... Normalerweise möchte man meinen, ja, enge Zugänge sind Vorteil. Aber ich glaube, es ist gar kein Vorteil, weil... sich alle Katapulte auf einen Turm fokussieren von der KI. Das macht die KI normalerweise nicht. Die teilt ja die Schüsse immer auf, wenn die so eine Front vor sich hat. Ich glaube, das könnte echt problematisch werden. Aber wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Okay. Ich... Okay. Ich habe gar keinen Platz. Man überschätzt das immer. Man denkt... Oh, Scheiße. Okay, nochmal neu. Ich habe den versetzt. So, los geht's. Man über... Alter, schon wieder? Wallah, was ist los? Habibi. So. Geil. Jetzt habe ich's. Okay. Ich... Das wird lustig. Ihr könnt das nicht dort platzieren, meine... Hä? Ich bin kurz entgleitet. Ähm... Waffenkammer... Waffen... Ne... Na doch, Nahrung erstmal. Oh, da ist Öl. Theoretisch? Okay. Äh... Waffenkammer... Leute, die besetzen das schon direkt. Die Säcke. Machen wir das... Machen das so. Okay, müssen wir mal gucken. Das... Alter, ich habe richtig Platzmangel. Müssen wir mal gucken. Okay, also, wie bauen wir die Burg? Boah. Scheiße. Klein. Wir bauen sie klein. Ich habe keinen Plan, Alter. Ich... Ich schau mal, ne? Also, ich... Ich glaube, wir müssen ausprobieren. Klar! Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Was? Euer Gnaden? Wie können wir... Gräben! 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 Okay, ähm... Brauch Stein. Viel Stein. Kein Holz. Dann... Kaufen wir erstmal hier weiter Stein. Und Waffen. Also, wie immer muss erstmal die Defense stehen. Eine Nachricht vom Sultat. Die Kamele sind unruhig. Sicher ein schlechtes Ohmen für euch. Weiß ich nicht, Bruder. Wir haben kein Holz. Okay. Hm. So. So. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das hier machen. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Geld-Technisch. Achtung! Da regnet es halt schon gut Steine rein. Eine Nachricht vom Schwein. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Und wir werden hier suchen Schweine-Futter. Ob es halt die Balliste macht irgendwie was gegen... Ja, jetzt haben wir wieder das Problem mit dem Präferieren. Aber wir wissen ja, was dagegen hilft. Eigentlich. So. Wir bauen halt nur ganz viel Stein. Und das Problem ist, die können hier durchrennen, oder? Alter. Nee. Hier. Das muss ich machen. Ich hoffe, die werden nicht abgeschossen. Weil sonst wird das hier knifflig. Es werden Rekruten, womit eine Nachricht der Ratten. Da seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Und Marsch! Wird das Tor nicht runter? Wird das Tor nicht runter? Was? Okay. Die Buddeln da, schön. Ja. Also das Wichtigste ist echt, dass ich meinen Stein hier zusammenkriege. Dafür muss ich deren abreißen. Deren Stein. Ja, schauen wir mal. Das wird richtig lustig. Ja, klar, klar. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich auf einem gewissen Punkt zurückschieße. Stein. Stein ist der Schlüssel. Glaub mir. Ich muss mal schauen. Eine Nachricht von Kamin. Bereitet euch zum Sterben vor Ungläubiger. Okay. Geil, das ist wieder frei. Ja, jetzt treiben sie alle mal an. Jeder darf mal. Ei, 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 ei. Ich brauche mehr Ballisten. Ganz viele Ballisten. Aber eigentlich brauche ich auch die Katapulte. Weil die halt sonst... Also sonst kann ich nicht Gegenangriff machen quasi. Weißt du, ich meine... Ah, die nehmen sich den vor. Okay. Und wie treffen die nicht? Doch, jetzt. Okay. Tja. Kleine. Boah, Alter. Mhm. Cool. Schwierig. Ich habe Gold. Ich muss es nur ausgeben. Ich habe Gold. Ähm. Gut. Das Problem ist, dass die mir die ganze Zeit die Mauer einschießen. Ich muss hier nichts machen. Jetzt hier. Euer Gnaden. Ja. Ich schaue einfach, inwiefern ich hier mit Ballisten jetzt Randale machen kann in alle Richtungen. Boah. Der hat gut passiert. Ähm. Schauen wir mal. Ja, dann muss ich jetzt hier ein bisschen, ein bisschen Micromanagement wieder machen. Das ist halt auch irgendein. Ja, müssen wir gucken. Noch habe ich Gold. So. Noch eine Balliste. Der mischt das die Balliste. Sogleich. Machen wir alle Ballisten auf aggressiv. Manchmal habe ich den Eindruck, da kommt nichts. Oh. Achtung. Es wird ein Waffenruf sein. Und los. Oh, wie? Werden die Ballisten da gedamaged? Ich weiß nicht, ob das er hier ist. Das Ding ist, so ausweglos das gerade aussieht, die haben nicht unendlich voll. Nicht so die letzte Mal. Das ist halt das Ding. Waffen geschultert. Ich brauche nur echt ganz viel Armbrustschutz. Ich glaube, ich. Das ist so ein bisschen das Ding. Gold. Ich kann noch was verkaufen. Das Vorratslager ist eine Nachricht von... Die Sterne blicken. Auf euch her. So. 20. Ihr habt nicht genügend Gold. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig. Ihr kennt wie ein Mann. Kriegen die nicht, ne? Scheiße. Die kriegen die nicht. Das ist natürlich bitter. Kriegt der den hier? Kriegt der den? Eine Nachricht der Ratten. Habt ihr Angst? Die Streitmacht von den Püs wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Ne. Schaut den nicht. Aber die Balliste hier, die ist weg. Sehr geil. Puh, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Bisschen, bisschen so. Wie viele Steine haben wir noch? Guck mal, wir kriegen aber gut Steine rein. Also. Nach vorne geht ja auch schon mehr, denke ich. Ähm. Ja, Gold. Gold, Gold, Gold. Wir brauchen auch noch mehr Bäckereien. Alter, hier geht's ab, Leute. Es ist schon wieder. Ich fange ja an mit dem Kaffee. Geil. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Junge. Schaut euch das mal an. Gut, dass die die Wassergräben nicht. Also das scheint die irgendwie... Da haben sie nicht so Bock. Toll. Super. So. Stein läuft. Holz läuft. So, scheiß auf das. Super. Ich werde immer mal wieder meine Gebäude erneuern müssen. Einfach weil der da reinknallt mit seinem scheiß Katapult. Aber gut. Müssen wir... Müssen wir durch, ne? So. Okay. Ich muss Geld machen. Sprich, produzieren, was geht. Die Fläche nutzen. Hier. Zack. Zack. Öl. Hechtbubo meine ich. Sorry. Oh, vielleicht kann ich da sogar was anziehen bei denen. Müssen wir mal gucken. Gut. Ja, die Holzfäller können eigentlich auch bald weg, denke ich. Nice. Der kassiert. Ja, aber gucken wir mal aufs Gold. Guck mal. Die haben kein Gold mehr. Also nur noch die Schwachen. Also der Sultan und die Ratte, die haben noch Gold. Der Rest hat kein Gold mehr. Das war's. Oh, Leute. Bereits, eure Lordschaft. Wir geben unser Bestes zur Stelle. Das war's. Jetzt werden wir slow and steady uns unser Land hier zurückholen. Alter. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber an sich. Schieß ja nicht. Wir können das machen, indem wir immer mal wieder nerven. Ich überlege. Ich überlege. Ja, also dem Sultan geht's jetzt nicht so gut, ne? Ja, Bibi. Ich könnte mit Trieböcken anfangen. Hier abzufacken. Wer fällt als erstes? Ich würde sagen, als erstes fällt hier Achmed. Und das Schwein. So. Hilft nichts. Aber als erstes Achmed. Da komm ich über außen, weil da kriegt er nicht die ganze Zeit Support. Wenn ich hier Schwein angreife, mittig. Hier strümmen ja die ganze Zeit Gegner rein. Das heißt, ich werde hier von außen Achmed wegmachen. Ich nähe jetzt mal so. Und dann noch weiter hier von der Seite dehnen. Ich muss den Graben dann wieder ausheben. So. Gut. Dann werden wir ihn jetzt langsam ausmerzen, denke ich. Da schießen wir einfach mal mit ner Mangel rüber. Dann schießen wir rüber, Joachim. Schön. Das kann ich dir mal anpacken. Das ist was schön weiter hier ist. Ziel in Visier. Okay. Gut. Okay. So, ja. So kann's an. Das ist klar. So, das sind wir an. Nice. Nice. Ich schaff da nicht, ne? Okay. Das ist schon mal gut. Kugeln wir da ein bisschen ab. So. Wir haben viel Stein. Können wir verkaufen? Warum, warum verlieren wir das immer? Ernsthaft? Warum geht das nicht automatisch zu? Hä? Die Ballisten erreichen den. Vielleicht kennen wir mal eine Idee. Meine Fresse. Wie komm ich da jetzt drauf? Schützt eure Leisten. Schärft eurem Stahl. Das war ein bisschen jetzt ein bisschen gegen den Plan. Aber. Ne? Ab und zu scheint das. Oh. Vielleicht sollte ich hier erst mal. Gucken. Oder hat der Katapult einmal getroffen? Das kann auch sein. Nee. Oh, hier fackelt alles ab. Gut. Wir gehen da noch näher dran. Ganz einfach. Wer will, der kriegt. Rundspeicher ist voll. Was ist hier? Was läuft hier mit denen? Oh, hier, ne? Da bist du Schrott. Hey, die haben nicht genug Leute. Wo ist denn der zweite? Ach, da. Der hat schon Schuss abbekommen. Die sind super nervig. So, jetzt bitte. Triff. Nein, hier. Tu es. Wo schießt der hin? Der schießt da hin. Geht das nicht? Ist das Buggy? Oder? Scheiße. Guck mal. Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir so. Und so. Ja. Wir müssen irgendwie Nachschub kriegen. Oh, was? Oh, der grüne. Oh, der grüne. Die Ratte oder was? Was soll das denn werden? Geil, Treffer. So, jetzt zeigen wir den mal. Ab 4 Uhr wird zurückgeschossen. Also, ich versuche jetzt einfach über Traden, mir hier meine leckeren Armbrusch schützen. zu basteln. Dann vielleicht hier im Träger. Kommen die da rein? Ja. Schut, was? Okay. Sehr gut. So läuft. So, und jetzt auf den Korrenschweichern. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich den Saladin ein bisschen lang mache. Mal gucken, wo er reinkracht. Oh, Pfeffer. Die Hütte ist fast Schrott. Ja, dann schieß, Junge. Hä? Geht nicht? Ja, dann... Hier. Geht nicht. Ziel im Visier. Eine Nachricht von Hochhahn-Löden. Mutig. Ihr kämpft wie ein Mann. Das läuft. So. Oh, die Ballisten sind alle Schrott. Weil die die weg macht. Was? Die. Guck mal, der ist weg. Geil. Okay, ich brauche neue Ballisten. Holy shit. Rokonspeicher. Weg. Sehr gut. So, dann... Der Tor. Der nervt mich auch ein bisschen. Okay. Ähm... Der Feind füllt den Boden auf, mein Lord. Ah, da muss ich dann drauf achten, dass der... Und los! Einer den vielleicht mal... Ist natürlich problematisch, wenn der Feind das macht. So, ich muss jetzt erstmal eine richtig stabile Verteidigung aufbauen. Okay. Wie ist denn die Lage? Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Ich kriege gerade wieder Geld. Aber Saladin bleibt unten. Das sieht man ja. Riebock bereit, Sire! Okay, der Tor muss ja bald weg sein. Sire! Ja, ganz viel Ambruchsschützen, denke ich. Ich muss ganz viel Ambruchsschützen angekriegen. Könnt ihr natürlich auch Weide... Guck mal, ich habe ja viel zu viel. Ich glaube, es bringt mehr, wenn ich einfach den Kram verkaufe. Ich habe gerade überlegt, ob ich da Käse reinmache. Und dann, äh... Mir Gerber und so. Und damit dann Trader. Ja, ich glaube, ich muss hier jetzt gucken, wie... Ich muss mir überlegen, am besten mit ganz vielen Sklaven mal reinrennen. Ich glaube, das wäre die einfachste Möglichkeit. Muss man jetzt zwar sparen für... Aber geht ja. Komm, haut mal rein, Leute. So. Okay. Ist hier schon wieder was schrottet. Jetzt mach den Turm da doch mal weg. Mein Gott. Das machen wir jetzt ganz oft. Nahrung ist halt auch krass, ne? Ich könnte vielleicht ein bisschen Steuern nehmen. Ja, das können wir machen. Vielleicht da in der Kathedrale. Ein bisschen über Steuern immer mal wieder Geld reinholen. Bei Beliebtheit, bei so wenig Leuten, kriege ich eigentlich ganz gut hin. Gerade bei den Nahrungsproduktionen hier echt neu. Boah, das nervt mich natürlich nicht. Der Kraftspeicher ist voll, Milo. Bereits zur Stelle. Wir geben unser... Eine Nachricht von Saladin. Nice. Ihr seid mir der Tat ein Dorn im Auge. Ja. Glaube ich. Es werden Rekruten benötigt sein. Stein ist ja echt nice, ne? Kann ich verkaufen. Holz auch ein bisschen. Aber Stein ist gerade eine ganz gute Geldquelle, tatsächlich. Nichts nicht. Ein paar neue Bogenschützen. Okay. Ja, das nervt halt. Der macht slow und steady meine Balliste kaputt, ne? Hier haben wir das Problem jetzt erledigt. Ich glaube, die reichen schon, um hier was anzuzünden. Machen wir schön außen. Das greift dann schön über. Hier. Greift über. Easy. Ich laufe mal hier lang. Gibt nicht? Ah, hier soll. Ja, wir wollen die durch die Mitte. Darum? Darum? Die können nicht mal hier auf die Fläche, weil der im Weg ist. Da muss der kurz weg. Den kann ich gleich nochmal bauen. Weil ich renne da nicht durch die Mitte. Da werden viel zu viel gewastet. So. Abfahrt. Können wir jetzt überhaupt abholen? Der Bergkrieg ist komplett. Okay. 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 Nice. Nice. Sehr gut. Nice. Geil. Rennt. Jetzt musst du nur noch übergreifen. Okay. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alter, Brote bringen so viel Geld. Und unerreichbar, Sire. Sire. Wie unerreichbar. Nice. Geil. So muss das. Steine kriegen wir hin. Äh, jetzt kommt mal... Was kommt jetzt dran? Vielleicht der Turm einfach. Der Turm. Geil. Ich schieße mich kaputt, die Schipp. Ah, die haben es hier gelöscht, leider. Ah, die löschen hier. Aber, ja. Ich glaube, ich muss tatsächlich über Schwertkämpfer kommen. Weil mir Erzverwehrt ist. Also jetzt halt wirklich über Geld. Weil die Bude ist offen. Ich brauche eigentlich bei Saladin einfach nur noch reinrennen. Das sieht man ja. Der hat doch gar nichts, ne? Also das ist... Ich meine, der hat Nahrung, ja. Aber Steine zum Beispiel? Wie fördert der Stein? Hier? Nee. Läuft nicht. Bei ihm. Ich glaube, vielleicht mache ich hier doch... Also so viel Geld, wie das Geld. Ich mache das nicht übersteuern. Weil... Ich kriege so viel Nahrung. Ich baue noch eine Mühle. Oder zwei. Nee, ich gucke erst mal, was eine macht. Und dann, äh, noch mehr Weckereien. Und dann wird der Lachs. Das ist halt Wahnsinn. Wie viel Geld das bringt. Weil du das ja abgerissen hast. So, wie ist hier drüben die Lage? Geil. Ja, der hat doch inzwischen ja auch echt alles ausgesinnt. Ist natürlich auch ein bisschen stressig, dass sie sich hier... Genau. Vorarbeiten da. So, mal gucken. So. Ja, aber hier, Schwertkämpfer jetzt. Sammeln. That is it. Dann knacken wir den. So, jetzt machen wir noch mehr Nahrung mit drei Mühlen. Bei Silvester. Funktioniert das? Ja, doch. Nice. Den reißen wir auch nicht ab. Scheiße. Den reißen wir noch mal ärgern. Dass der gar nicht wieder auf die Beine kommt. Guck mal, der hat keine Arbeiter. Für... Für seinen Brunnen. Oh, das steht ja auch. Innen war dem Sultan heute nicht gut. Lol. Wo kommt die denn her? Die sind durch... Die sind durchgekommen. Ich kann doch kein Bogenschütze zu jucken. Ich hab hier einfach keine mehr. Ich hab hier einfach keine mehr. Mh, nochmal so. Das ist schon echt sehr... Kostenaufwer... Äh, Dings, ne? Kostenintensiv. Guck mal, da kommen sie. Oh, 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 oh. So. Komm, Speicher wieder weg. Steht wieder. Komm doch nochmal drauf. Kauf mal schön. Kau mal schön Nahrung. Ist berechnet. Ja, okay. Ist das hier ja nicht mal... Alter. War hier gerade eine Feuerballiste? Was ist Sache? Zur Stelle. Wir geben unser Bestes. Alter. Muss doch nicht sein. Ein erträglicher Auferlust. Das sieht der... Zieht da durch mit Feuerball... Alter, eine Feuerballiste. Jo. Pass mal auf, ey. Jetzt geh ich dem richtig auf den Sack. Das reicht doch locker. Dann brenne ich hier immer alles nieder. Okay, das wird geil. Opa. Ja, und zwischenzeitlich... Spätkämpfer. Der hat halt... Ganz schön was stehen, ne? Oh, wie ich das wegkriege. Und zwischendurch auch noch die... Amberschützen auffüllen. Bereitet euch zum Sterben vor Ungläufe. Wie wegt es? Ist hochgekurbelt. Ja, ja. Nice. Verlassen der Lagerungskraft. Okay. Treffer. Treffer. Jetzt greif über. Greif schön über, Bruder. Nice. Geil. Der hat keinen Bock mehr, den Turm zu bauen. Läuft. Hm. Können wir hier mal... Können wir einfach mal ein bisschen reinholzen. Nice. Ob geil wär's, würde er in den Brunnen abreißen. Der Brunnen kostet ganz schön... Der kostet doch Gold, oder? Mit 60. Aber würde hier schon nerven, glaube ich. Ist hochgekurbelt. Wir sind der einsgrößte Herrscher. Wie, wir werden überfallen. Alter, diese Kackballiste. Kackballiste. Die nervt hier ganz schön. Da sind schon zwei gestaunen. Hö? Wie wär's, wenn ihr die mal weg macht? What? Okay, machen sie. Oder? Also, die haben so ne hohe Feuerflüge. Was? Was? Brunnen ist weg. Nice. Dann hier ein bisschen ins Löchlein. Nice. Kann ich den ja auf aggressiv stellen. Den Rest macht der... Jawoll. Der ist mit den Sklaven abgeholt. Balliste, ist hochgekurbelt, mein Loch. Balliste, bereit, mein Loch. Feuer? Nee. Ist hochgekurbelt. Nee. Ist hochgekurbelt. Schade. Alter, die Ballisten nerven mich so fort. Wir geben unser Bestes. Das ist ja asozial. Na gut, dann muss ich da nochmal Geld in der Hand nehmen, wa? Da sind auch Ritter oben. Ja, ja, hab's gesehen. Ist natürlich schlimm. Schrecklich. Achtung! Achtung! Es werden Recruiten benötigt sein. Es werden Recruiten benötigt sein. Es werden Waffen benötigt, Seier. So, was ist mit dir? Grifft der den nicht, oder? Das ist hier ein bisschen sehr gut. Ein Mut, ne? Balliste, bereit, Milon. Balliste, bereit, Milon. Ist hochgekurbelt. Nice. Nee, ja, doch. Kann der da nicht, ist das wegen dem Felsen, oder? Jetzt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Spätkämpfer. So, wie ist die Lage? Getreide geht langsam runter. Das mit der dritten Mühle war nice. Mehlsäcke gehen hoch. Könnte ich noch ein, zwei Bäckereien bauen? Scheiße, ihr war kacke. Nee, das war auch kacke. Der muss so stehen. Okay. Leute, die schießen gar nicht auf die Ballisten. Die schießen nur auf die Bogenschützen, oder was? Ja, ja. Der Ratte, äh, gerade deine Truppe. Warte mal. Kann ich nicht hier voll vorrücken? So richtig, Alter, wurde gerade irgendeine Frau weggemacht. Hier. Geht es nicht? Nee. Wacklich wie ein Karate in Haffens. So. Geil. Schuss. Nice. Rein in die Bude. Oder schießt ihr gegen eine Mauer? Der schießt gegen eine Mauer, oder? Nee, es geht runter. Es kriegt Damage. Boah, ich komme in eine Angriffswelle. Ja, wir probieren aus. Anscheinend fängt das Ding kein Feuer. Jetzt irgendwie. Jetzt das Ding. Ja, wir legen fleißig Feuer. Treffen die Sklaven halt über die Balliste an. Das ist ne riesenbrecher. Nice. Sehr gut. Hier ist eins der zweitgrößte. Der zweitgrößte, jetzt schon. Das Problem ist, wie dezimiert... Warte, wenn die nicht hier rein war? Lass man so da so einen wegmachen? Der Trieb auch könnte das machen. Steine. Gucken wir mal. Knall da was rein jetzt? Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verfehlt? Ich hätte euch vernichten sollen. Anscheinend nicht. Gut. Ei. Ne, der muss erst mal weg. Das nervt mich. Okay. Stein verkaufen. Das Ding ist, das Steinfeld ist da so doof angelegt, dass ich, äh... da gar nicht noch mehr Steine produzieren kann. Aber selbst er hier... Wo legt der die ab? Hier oder da? Ich glaube da. Und da kann sich niemand abholen, oder? So, jetzt zünden wir hier nochmal an. Also, Ahmed darf sie nicht erholen. So viel ist sicher. So, reparieren wir nochmal eine Runde. Wobei, sieht ja alles wie im Schuss aus. Aber er nicht. Okay. Generell, so ein Dreiergespann-Triebböcke. Die, die ganze Zeit die Targets rausnehmen. Oh, so brennen wir nochmal alles ab. Na, wie kann ich meine Base vielleicht noch optimieren? Bein Mühlen machen's. Doch noch. Habe ich versucht, da ging's nicht. Ich muss ein Haus noch, damit ich schneller Truppen ausheben kann. So, ging Richard, äh la. Könnte halt an sich ganz viel Firmen noch nach vorne bauen. Mit, ähm... Mangen. Hier immer weiter nach vorne. Das könnte ich machen. Genau. Dann lassen wir die hier mal... Ich hab ja genug Stein. Immer so slow and steady. Lassen wir hier mal alles abbrennen. So. Okay. Oh, die... Dings ist weg. Geil, der Turm ist weg. Oh, einer ist weg. Flugbahn ist berechnet. Zur Stelle. Oh, einer ist weg. Also, das Schlimmste ist echt, wenn die da richtig schnell Ballisten hochziehen. Das ist, äh... Das ist, äh... Nicht bueno, aller... Verstehen. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Die Fisch-Wertkämpfe haben wir da. Oh. Meint er, das reicht denn schon langsam? Oh, ich glaub, das Geld gebe ich noch auf... Aus... Und dann... Es werden Rekruten benötigt sein. 74. Komm, dann... Machen wir das jetzt. Rein. Zünd' dir nochmal was an. Wobei, eh das abgebrannt ist. Gucken wir mal. Die brauchen ja ne Weile, eh die da sind. Komm. Äh, drauf da. Geht ihr hier unten an? Sehr gut. So. Wird das jetzt richtig? Ja. Alter, der Mönch. Richtig weggeflext. Alter. Oh. Ja, die synchronisieren immer ihre Angriffe. Das ist ganz schön übel, ey. Danke. So, hier kommt die Ost-Offensive. Balliste, wir geben unser Bestes. Was? Ein Triebock? Alter. What? Mach den doch weg, Jungs. Das war jetzt schon wieder hervorragend, ne? Ja, jetzt auch. Irgendwie zur Seite. Oh, wollen die jetzt alle hier rechts rein? Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Schnell ne Brücke. Müssen alle hier drauf. Um die hier alle wegzumachen. Ja, ja. Da hast du recht. So. Sehr gut. Guck auf. Wobei, das Torus ist gleich schrocken, ne? Egal. Das Problem ist, da sind die ganzen Armbruchschützen. Äh. Kriegt der eh nicht rechtzeitig abgerissen. Aber gut, schauen wir mal. So. Jetzt wird's eh nochmal spannend. Ja. Ja. Nein, du Bra... Nein, alles gut. Erstmal ist hier Acht mit dran. Alles sieht aber gut aus. Die flexen hier schon durch. Gammelspeicher ist voll. Gammelspeicher voll, verkaufen. Eine Nachricht von Saladin. Wir hatten jetzt hier Feuer. Oh, shit. Das, äh... Habe ich jetzt so nicht bedacht. 500 Gold. Das ist jetzt nichts, wa? So. Komm, solange wir noch können, ruft da. In der Schlacht. Doch seid ihr auch gerecht. Ja. Ich entgebe nicht eure Gnade. Äh, warum? Der Mensch, der ist nicht. Der schießt hier nicht. Der schießt hier nicht. Der schießt hier nicht. Eine Nachricht vom Sultan. Ist so weit weg? Ah, der Himmel war dem Sultan heute nicht gut gesonnen. So, gegen. Wobei, wir warten. Das nervt ihr, die Ambosschützen, die... Äh, die... Ja, doch, Ambosschützen. Die sind da ein bisschen nervig. Wir benötigen Steine. Ja, Steine. Wir brauchen aber auch wieder Ambosschützen. Das geht ihr langsam zur Neige. So. Achtung! Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig! Ihr kennt wie ein Mann. Der Bärmung für ihn. Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Bereits, eure Lordschaft. So. Zur Stelle. Achtung! Im Laufschritt! Okay. Das sieht gut aus. Wir benötigen Steine. Und los! Unerreichbar, Sire! Sire! Oh, mein Dormi wohl. Ah, der kriegt da sein Fett ab. Bereits, Sire! Gut. Und nennen wir da nochmal rein. Weinen. Eine Nachricht vom Schwein. Okay. Also was muss schneller gehen. Also ich werde jetzt... ...zwei Triebe gebaut. Hm. So. Da sind zu viele. Kriegen die die? Ne. Schade. So, alle drauf. Sehr gut. Jetzt wieder drittgrößte Herrscher. Jetzt wieder drittgrößte Herrscher. Alter, ich hab grad einen sogar weggemacht. Ja, jetzt wäre... Also ich muss sagen, der Wolf stresst mich hier deswegen am meisten. Und er hat eigentlich gar nicht so viel Defense. Also wenn man da einmal hier mit den Triebeücken easy ein Loch reinmacht, kann man sich hier, glaube ich, ganz gut festbeißen mit der gleichen Taktik wie eben. So, ich glaube, da so eine Special Force Unit à la, die da richtig reinknallt. Flugbahn ist berechnet. So, ich versuche mich hier gerade so ein bisschen auch nach vorne zu basteln. Aber eigentlich sollte ich mich entscheiden, was ich machen. Entweder ich bleib' da drin und mach' wie beim Plan eben den Wolf weg. Ich glaub's wär' jetzt am besten erstmal. Weil eine Option wäre auch, ich buddere mich hier vor, knall das Schwein komplett weg. Wegen, damit ich das Erz hab' mit dem Erz Schwertkämpfer machen kann und dann richtig ausraste. Er ist halt deutlich billiger, als wenn ich hier, äh... Den wollen sie irgendwie nicht, ne? Den wollen sie irgendwie nicht angreifen. Gut. Hm. Was können wir ja machen? Nichts, zwar. Könnt hier nach ganz links die Bökel setzen. und gucken, inwiefern ich hier Sachen ausschalte. I guess I try. Konstruieren Belagerungsgeräte. Mal gucken. Und dann kann ich hier auf die Kirche gehen, auf das Torhaus, all so ne Sachen. Und dann können da meine Schwertkämpfer rein. Aber ich weiß nicht, ist es besser, sich hier vorzuarbeiten? Das Ding ist, ich krieg' hier immer von der Flanke einen rein. Wobei eigentlich... ...wenn ich meine Trieböcke habe, nicht. Weil, die können hier blitzschnell... ...was ausschalten. Ne? Sobald hier was widersteht. Eine Nachricht von Richard Löweherz. Ich glaub, dann spare ich mir das Geld. Für die... Ja, ist ja gut. Dann spare ich mir das mit den... ...mit den Schwertkämpfern, die halt alle zu bauen würden, wieder sehr viel Gold kosten. Und bau' mich hier lieber nach vorne, mit Türmen. Farben halt noch mehr... ...Stein. Übrigens krieg' gerade nicht mehr so viel Stein, weil das hier nicht steht. So ging er auch. Mal gucken. Und dann noch hier? Ne, ne? Jo, er ist fleißig. Erdbock. Achtung! Und los! Was ist der denn? Ach da. Könnt ihr die abknallen? Geil. Bereits! All laden nach! Zur Stelle! Kurzer Prozess! Der Drehbock ist schon am nervigsten. Nice. Oh, da ist noch einer, Alter. Wo schießt der denn hin? Auf den Turm, ne? Okay. Alles cool. Alles cool. Gut. Können die da Steine abholen? Ja, hier. Nice. Sehr gut. Okay, dann kann ich mich hier vorbauen. Wie gehabt. Ruhe buddelt es weiter. Ja, hier ist natürlich nervig hier mit den Bäumen. Hm. Warte mal. Oh shit. Okay, da ist es nicht ruhig. Wie machen wir das? Die Bäume müssen weg, man. Ich kann einen Auslaufen bauen? Wie geht das? Ich hier einfach runterziehen. Und erstmal auf Stein scheiße. Stein kriege ich hier nicht. Okay. Ich hier Offensive, ey. Und los. Können die nicht da hin? Soja. Ah, warte. Ich glaube da die Ecke. Waffen geschultert. Bereits eure Lordschaft. Zur Stelle. Achtung. So. Jetzt wird er rüber geschossen. So, dann mach ich jetzt ein paar Ampo schützen, oder? Geil. Jawohl. Wird geböllert. So, und jetzt... Die Jungs. Geil. Das waren jetzt... ...vier Stück. Geil. Geil. Sehr gut. Ups. Oh, nur sieben. Unser Werkzeug ist bereit. Ach. So. Eins, zwei, drei, vier. Alter, was kommt hier angeschissen? So. Die Böcke in action. Hm. Wie wollen die hier nicht? Wie haben die alles kaputt gemacht? Die Böcke ist auch nicht wieder auf, irgendwie. Muss er wissen. So, wir holzen jetzt hier alles kaputt. Drin. Alles reinschippen. Richtig Steine drüber schütten. Und so beginnt es. Ja. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen... Dann machen wir doch erst das Schwein. Wir haben nicht genügend Gold, mein Gott. So. So. Hier wird reingebuttert. Bin gespannt, wie der Richard Löwen jetzt das jetzt macht hier. Mal schauen, was? Alter. Okay. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig. Ihr kennt wie ein Mann. Könnte ich theoretisch noch hier... ...deine holen. So ein Oxen spätieren. Wie ist das? Sogar zwei. Okay. Gefällt mir gut. So ein bisschen jetzt wie bei Asterix und Obelix und Mission Cleopatra. Wo die... Äh... Ne? Den... Also mit Menschen. Deck, ne? Bester Film aller Zeiten. Wo die Römer da mit ihren Katapulten kommen und das Ding halt komplett eindecken. Das halt schon... Das macht nicht viel Schaden, aber slow and steady. Auch wie viele Leute hier dabei draufgehen, ne? Sag mal, der Mensch ist da eigentlich auf dem Boden gekommen. Was ist denn, was? Okay. Wir könnten... Theoretisch... Nein! Oder? 39. Easy, oder? Warte mal, wir sammeln mal. Warte mal, wir sammeln. So, hier Restgold. So. 44. Ist echt easy, oder? Ist ja nix mehr. Die können ja direkt reingehen, oder? Ihr seid der größte Herrscher. Ja, danke. So, und dann... Wenn ich das hab, bau ich hier vorne schön zu. Das kann ich aber jetzt machen. Oder hier kommt ja eh nix mehr. Wobei... In hier brauche ich hier nochmal... ...weseren Zugriff. Oh, shit. Das geht nicht, okay. Ich mach da dann zu. Wird dich gemacht. Kann ich hier noch weiter nach vorne? Ne, ne? Das war's. Ja, hier ist ja echt die Grenze. Weiter weg geht nicht. Er hat auch keinen Bock mehr, ey. Guck ruhig das an. Äh... Schießen wir mal hier rein, oder? Flugbahn ist berechnet. So, spätestens wenn die Hornensprecher weg sind. Er hat keinen Bock mehr. So. Ja, dann. Hin. Ja, das wird auch verfehlen. Wir werden überfallen. Geil. Geil. Zur Stelle. Achtung. Und... Jetzt rotz ich dem die ganze Bude zu, ey. Nice. Hammer. Erfuhr. Oh. Mama hat das geklärt hier. Jawohl, ja. Eigentlich war ich ja weg. Ey, der hat auch keinen Bock mehr. Guck durch das an, ey. Ich... 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 Schweizer Käse hier. Flugbahn ist berechnet. Boah. Der baut gar nicht mehr nach. Kriegt der keinen Stein? Ne, ne? Das ist das Ding hier. So, die fördern alle... Die haben... Die haben alle gar nicht zum Steine fördern. Ja, jo. Dann ist ja das hier noch effektiver als sonst. So. Und los. Feuer einstellen. Wobei, alle können wir hier drauf. Kann man ja einfach rüber gehen. Ne, ne? Ah, doch. Geil. Eingedeckt. Alle tot. Baunensprecher voll. Es gibt so viel Gold, ne? Wo ist er? Ruf. Zugriff. Arabischer Zugriff. Messerkreis. LoL. Der war... Ich hätt' den echt killen können mit den... Mit den... Schwest. So. Araber zurück. So, jetzt kann ich hier auch dann... Ei, das ist ja echt guter. Ei, wir schießen hier in den Rücken. Ei. Waschlicher. Okay. So, kommt rein in die Stube. So. So. Was macht ihr denn? Die Gesoppen? So, rein. Jo, dann erholen wir uns jetzt. Ey, was das hier schon hier für ein... Zu gescheiße ist, ey. So. So. Vorwärts. Vorwärts. Waffen geschultert. Im Laufschritt. Und Marsch. Amrokaya Maulai. Wackelig wie ein Kaltenhaus. So. Nice. Ähm, das andere war hier zu einer Linie. Defense, ja. Wollen wir noch ein kleines Tor hinbauen? Ich glaube nicht, oder? Boah, doch. Oh, edel. Edel. Okay. Dann basteln wir da jetzt überall Ballisten drauf. Eins, zwei, drei. Zur Stelle. Hallo? Wo könnt ihr euch nicht bewegen? Das ist wahr, Sire. So, dann machen wir dir alle... Wir benötigen Steine. Pass auf. Zerlassen, Belagerungsgeräte. Und eine Aufgabe. Belagerungsgeräte bemannt. Wir benötigen Steine. Belagerungsgeräte. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. Oh. Doppelklang. Aber irgendein lört noch an. Mangelbereit. Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Ja, hier sieht scheiße aus, Bruder. Bin ich ehrlich. Und da kommen jetzt ein paar Araber gleich in die Stube. Das machen wir jetzt auch noch mit denen. Was? Was ist denn jetzt los? Hä? Der? Wir benötigen Steine. Kommt hier nicht ran. Flugbahn ist berechnet. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Kornspeicher. 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 Eine Nachricht der Ratte. Nur seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Schön, wenn wir die drüberholzen. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Eine Nachricht von Verliefen. Die Belagerung möge beginnen. Ja, ja. Beginn. Beginn wir jetzt, Junge. Alter. Bruder, beginn. Schieß zurück, ey. Ab hier. Zur Stelle. Die sind schon echt weg. In die Palisten mal, bitte. Wir geben unser Bestes. Eine träge dich aus, alles. So. Die Feuerballisten sind echt nervig. So. Dann geht's jetzt mal los hier. Bruno. Los. Okay. So. Da müssen wir rankommen. Da müssen wir da rankommen. Sonst reicht's ja nicht. Ein erträglicher Auferlust. Juts. Hier können wir jederzeit reinrennen. Jetzt brauche ich noch ein paar Buden, aber ist okay. Unser Werkzeug ist bereit. Wo sind die denn hier? Ich habe hier gar keine Abwehr. Jetzt drehen sie. Weiterhin habe ich keine... Keine erträglicher Auferlust. Keine Burgschützen. Zum Urkum. Wollen wir mal drei. Ansonsten schießt er mit den Trieböcken drauf. Der kriegt halt keinen Stein. Triebock bereit, Sire. Das ist arschwitzig. Der Feind füllt den Burgraben auf, mein Lord. Flugbahn ist berechnet. Schön mal. Flugbahn ist berechnet. So. Klopp. Eine Nachricht vom Kalifen. Hier auf der Toilette, wa? Wie viele haben wir noch? Vier, ne? Sultan Richard. Oh, Richard kann sich hier richtig machen. Wie ist denn generell die Lage? Herzog de Püs. Wo ist der denn? Der muss irgendwo ein Kackloch haben. Oh, wo ist der? Hier. Ja, der hat noch gut Gold übrig, weil der hat damit halt nichts anzufangen, ne? Außer ab und zu an Attacken zu senden, aber... Da ist halt am Cap. Die warten alle. Das ist normal. So, siehst du? Ja. Okay. Wie viel braun man da? Ich mein... Ist ja echt der Schweizer Käse echt schon da drüber. Bereit, Sire. Kann ich den mal aufs Dach hier? Flugbahn ist berechnet. Also ein paar Armbruchsschützen hat er ja schon. Aber... Warte mal, hat der... Was richtig bitter wird, wird hier diese Kesselbuben. Hat er davon einen hier? Ich glaube nicht. Kann ja nur einer hinschießen. Ja, sch... Warte mal, haben wir hier noch weiter Partie? Okay. Okay. Dann... 74 sind wir wieder. Geh nicht nur irgendwo her. Nicht wie ein Gartenhaus. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Das ist wahre Macht. Verkaufen. Jetzt haben wir wieder Gold. Easy. Ihr habt nicht genügend Güter. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für eine... Todeszone. Seid ihr sicher? Ihr habt den Mut dazu. Oh, weit gekommen. Die rennen in die... Ja. Das hätte ich euch auch sagen können. Was ist das passiert? So, wir kommen mit schön Erz. Das ist nice. Geil, 22. Ich würde jetzt hier anfangen, ups, Türme abzureißen. Oh, ich speichere mal einen. Wir hatten das schon mal. Ich rechse jetzt hier die Türme ein. Mach ein bisschen Platz. Auf Ehre. So. So. Wir kommen alle weg. Wir lassen Belagerungsgeräte und eine Aufgabe. Ich rechse die... ...aufwürste. Für dieses Gerät, für dieses Gerät, für dieses Gerät, für dieses Gerät, für dieses Gerät. So, schön sauber machen. Übrigens. Bald kommt die nächste... Er hat irgendwas zugemacht. Ich komme nicht mehr rein. Das Ding. Zugriff. Zugriff. Oh, doch. Jetzt geht's wieder hoch. Wie war'n wir denn noch? 61. Wie viel der schon weggemacht hat? Na, die Ambruchsschützen und Ballisten. 56. Oh, da. Hoch da jetzt. Und das reicht. Das reicht, oder? Vor allem, wenn die erstmal oben sind. Die schnitzeln ja auch alle. Hoch da jetzt. Tag. 5-3 Seeklinge. Schleiß frei. Oh, drauf. Auf den Jungen. Und weg. Abruf. Oh. Oh. Muss ja auch nicht. Noch die Biege. So. Gutmurna. So. Oh, das wird eventuell... knapp. So. Jetzt haben wir hier Luft. Oh, was ist hier los, ey? Das, äh... ist jetzt schwierig. Alter, hier wurden wir richtig ausgeduldet. Scheiße. Warte mal. Wie mach ich das? Das ist jetzt echt schwierig. Wir... Wir gehen da jetzt drauf. Ich hab da alles hin und abgerissen. Ich hab da alles hin und abgerissen. da auf den Turm. Ach, das werden Rekruten benötigt sein. Ruf. Und drehen um. Okay. So. Next. Boah. Oh, wir machen Zweiteiler, wa? Ich glaub, Leute, wir machen Zweiteiler. Das, äh... dauert noch ein bisschen. Boah, das wird auch echt nochmal eine Herausforderung. Also, es war wieder sehr, sehr tough. Man hat immer viel weniger Platz, als man denkt. Ey, die Maps sehen immer so groß aus, weil es einfach so... Ne? Man denkt so viel Spieler, ja klar. Aber... Ist dann echt doch sehr klein. Okay. Ich will an dieser Stelle, ähm... Diesen Part beenden. Und dann, auch in alter Frische vor allem, mit einem neuen Kaffee, äh, setzen wir das nächste Mal weiter, äh, an. Alter, der ist doch auch... Wie viel das sind. Heilige Scheiße. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, find ich auch. Ja, find ich auch.